Herzlich willkommen bei Avenida Crips, aber vor, dass wir euch unser neuestes Penthouse hier in Avenida 24 zeigen. Schauen wir mal, wie es alles mit Avenida angefangen hat. Die Avenida Erfolgsgeschichte hat hier in diesem Büro mit diesem wunderschönen Projekt Avenida Ski und Golf hat das begonnen und inzwischen sind das zehn oder elf wunderschöne Apartmentanlagen geworden und wir hoffen, dass wir noch viele Jahre zusammenarbeiten können. Lieber Hans, lieber Ralf, ich darf euch recht recht herzlich zu der zehnjährigen Erfolgsgeschichte der Avenida Hotels in Kaprun gratulieren. Ihr habt viele, viele zufriedene Gäste nach Kaprun gebracht und dafür möchte ich euch seitens der Gemeinde Kaprun recht recht herzlich Danke sagen. Ich gratuliere aber zu diesem wunderschönen neuen 24 Avenida Hotel. Ich wünsche euch eine Fortsetzung der Avenida Erfolgsgeschichte in Kaprun und weiterhin viele, viele zufriedene Gäste bei uns in Kaprun. Begonnen hat das Ganze mit einem Projekt in Kaprun mit Avenida Ski und Golf Ressort vor ziemlich genau zehn Jahren und aus dieser Zusammenarbeit sind natürlich viele Projekte entstanden. Wir haben jetzt das zehnte Projekt und wir versuchen die Qualität immer zu verbessern, den Standard zu verbessern und natürlich auch termingetreu fertig zu werden, wie jetzt beim Projekt Avenida 24. So Jürgen, nach zehn Jahren Zusammenarbeit Avenida und Alpin Rentals, wollen wir euch und dein Team unglaublich bedanken für die sehr gute Zusammenarbeit. Ich werde mit dem ganzen Team von MAB diesen Kochkurs sehr genießen und unsere Mitarbeiter werden das sicher auch zu schätzen wissen. Und jetzt zeige ich euch unser neues Penthouse in 24 Avenida, eine richtige Cripp mit drei Schlafzimmer mit eigenes Bad, eigene Sauna mit Panoramablick auf Skidsteinhorn und hier das Wohnraum mit Gaskamin. Hallo Hans, gehst du mit auf den Balkon? Und Hans, von diesem wunderschönen Platz mit diesem wahnsinnigen Ausblick möchte ich mich von meiner Seite und ich glaube auch von deiner Seite ganz herzlich bedanken bei allen Firmen und Mitarbeiter, die unsere Erfolgsgeschichte und diese Projekte mit realisiert haben. Und ich hoffe noch auf viele weitere Projekte. Ja, absolut. Ralf, herzlich gratulieren. Wir hoffen auch noch viele Projekte zusammen zu machen in das wunderschöne Kapital. Musik Movie Movie Untertitelung des ZDF, 2020